Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Birnenkuchen. Ein französisches Rezept für Birnenkuchen. FRZ Tarte Augs Poise Für 8 Personen werden folgende Zutaten benötigt. 200 Gramm Weizenmehl Type 405 150 Gramm zerlassene Butter 350 Milliliter Creme Fraiche 200 Gramm Zucker 2 Eigelb 2 Eigelb Prise Salz 2 Zentiliter brauner Rum Packung Vanillezucker 3 gehäufte Esslöffel geriebene Mandeln Große Konservendose abgetropfte Birnen Folgende Utensilien werden benötigt. Kleines Backblech 25 cm x 35 cm 2 Schüsseln Schneebesen Zubereitung Mehl 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 Zerlassene Butter 1 Eigelb 150 Milliliter Creme Fraiche Salz Zerlass und 150 Gramm Zucker 1 Teig verheizen und 150 Gramm Zucker zu einem Teig verarbeiten und anschließend 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Das Backrohr auf 200 bis 220 Grad Celsius vorheizen. Aus einem Eigelb Aus einem Eigelb, dem Rum, 50 Gramm Zucker, den gäriebenen Mandeln, 200 Milliliter Creme Fraiche und dem Vanillinzucker eine gleichmäßige Masse rühren. Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und auf dem Backblech ausrollen. Die Birnen in Scheiben schneiden und auf den Teig legen. Anschließend mit der Mandelcreme übergießen. Bei 200 bis 220 Grad Celsius im Ofen backen. Als Beilagen eignen sich Vanilleeis oder ein Fertigprodukt aus dem Handel. Schlagsahne Diese Varianten gibt es An die Kinder denken, den Alkohol einfach weglassen. Statt Birnenäpfel verwenden. Statt Creme Fraiche Joghurt, Schmand oder eine Mischung aus beidem verwenden. Zwei Eiweiß steif schlagen und unter die Mandelmasse heben. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!